so freunde willkommen zu einer weiteren ausgabe wer sucht findet die allianz werbung und jetzt muss ich erst mal wieder meine sachen hier zurecht suchen so da sind okay alles klar gut dann würde ich sagen wir fangen an mit den legends von valhalla bevor wir damit anfangen ich muss es wieder sagen ja das machen wir aber diesmal jetzt in aller kürze weil ich erwähne es immer immer wieder in jedem video das heißt wer es jetzt nicht versteht der sollte vielleicht ein das video von letzter woche gucken den anfang da erkläre ich das dann noch mal intensiver ja wir haben mehrere sachen einmal die allianz quest ich will dass die allianzen möglichst alle voll werden nicht nur die die ich bewerbe sondern dass auch die kleinen allianzen wo nur drei vier aktiv sind ja oder die zu zehn spielen und da sind nur zwei aktiv die sollen in eine aktive allianz gehen die haben viel mehr dann von der allianz quest vom mythischen titan von allem drum und dran auch generell von titan ja das ist halt eine ganz andere welt für die leute deswegen richtet sich die allianz werbung natürlich auch an die leute die sich jetzt gerade angesprochen fühlen weil die halt zu dritt aktiv sind in einer 10er allianz also was und da läuft es nicht so also sucht euch eine aktive allianz die allianzen die ich vorstelle die sind alle aktiv die haben alle verschiedene voraussetzungen und erwartungen das heißt da muss man einfach mal ein bisschen dann sich die zeit nehmen und sich das anhören was ich sage die andere sache ist wir haben die allianz quest wir haben die selbsteinschätzung ja da spielt dann der der dritte punkt den ich jetzt leider immer noch mit reinbringen muss der begriff all der freizeitalianzen rolle und zwar sollte man sich immer angucken wie stark sind die leute in die in der allianz in die ich reingehen sind es hauptsächlich free to play spieler sind es welche die sehr viel geld einsetzen was mache ich setze ich sehr viel geld einsetze ich gar kein geld ein will ich mit meinen free to play helden unbedingt in der top 100 spielen wird sehr 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 schwierig ja da muss man so ein bisschen gucken das heißt man guckt sich die leute an man nimmt den den kleinsten account aus der allianz man nimmt den mitten mittleren account man nimmt den höchsten account und macht sich dann da so ein querschnitt aus ganz einfach ja und guckt dann wie sieht das da aus da ist einer der ist level 40 und hat schon 30er 30er mana truppen kann man nicht schaffen mit level 40 da muss man ganz viel geld in die hand nehmen und dass das gibt dann schon es gibt so ein paar indikatoren wo man das dann feste machen kann oder wenn da eine halt eine reine season 4 defensive hat oder jetzt ab nächster woche dann eine reine season 5 defensive weiß man die leute geben geld aus bin ich da nicht vielleicht fehl am platz wenn ich da kein geld ausgebe ja oder komme ich damit klar dass ich vielleicht einer der kleinen bin und auch einen der einer der kleineren bleibe das alles so sachen die man sich dann stellen muss und damit man dann nicht in einer allianz geht und diese allianz zeitnah wieder verlässt wenn man feststellt es ist nichts ja das sind so dieser und freizeit allianz in dem fall auch noch mal ganz kurz erwähnt freizeit allianz heißt alles geht nichts muss das heißt es ist keine voraussetzung dass diese allianz in der allianz quest oder beim mythischen titan alles losfeuert was sie hat um die bestmögliche platzierung zu machen sondern da auch genauso wie sonst auch in dem spiel jeder macht das was er kann wie viel zeit er hat wie viel lust er hat vielleicht wird man zwischendurch abgesprochen wenn wenn es heißt man könnte in die nächste stufe reinkommen ob vielleicht nur zwei drei leute was machen könnten das ist eine sache aber es wird von keinem erwartet dass er bei mythischen titan zum beispiel die items raus ballert oder dass er am tag fünf stunden event spielt um sein score zu verbessern ja ganz wichtig deswegen wenn man in so allianzen geht die sich als freizeit allianz titulieren dann sollte man vielleicht vorher mal fragen wenn man auf event und mythischen titan wert legt wie sieht es da bei euch aus die antwort sollte man jetzt eigentlich kennen nachdem was ich gesagt habe aber es kann ja es gibt ja auch noch unterschiede in den freizeit allianz vielleicht sind in einer freizeit allianz mehrere die dann motivierter sind bei events und manche die sagen dann in anderen freizeit allianz nee das ist gar nichts für mich fragt die leute und wundert euch dann nicht wenn das event dann da ist und ihr habt nicht gefragt und keiner macht was oder nur wenige machen was wenn das wenn die das immer so machen dann ist das dein eigenes persönliches problem ein pech weil du nicht gefragt hast ganz einfach da kann weder die allianz noch was für noch irgendwelche einzelnen spieler was für das ist ganz allein dein dingen weil du hast nicht nachgefragt so einfach ist das ja das noch mal von vornherein so wir gucken uns die legends an hier legends from valhalla af heißt archons friends sehr dass die sind in dem verbund archons friends großer verbund von allianzen die sich gegenseitig helfen wenn einer zum beispiel die haben auch unterschiedliche stärken das heißt wenn einer jetzt hier bei den legends anfragt und die merken ohne der ist zu gut für uns der wird unterfordert sein bevor der abhaut gucken wir dass er in eine andere allianz kommt aus der familie bumm dann geht er da vielleicht sind heißt er bewirbt sich hier landet aber am ende ganz woanders an theoretisch sein muss nicht sein ja am ende entscheidet immer der spieler aber das ist natürlich der vorteil den man hat auch wenn leute die nächste challenge suchen oder wenn leute kürzer treten wollen kann man schön in der familie dann da wechseln aktive spieler sind immer willkommen titan des pflicht krieg ist freiwillig line titan killer 007 so wir haben einen platz frei das brauchen wir bei den legends wir haben eine titan pflicht das sehen wir da oben schon das sind elf sterne die die im moment haben krieg freiwillig heißt wenn man aufgestellt ist muss man seine angriffe machen man muss sich aber nicht aufstellen ja und das ist immer so eine sache dass es da auch ähm einen gewissen spielraum gibt wenn es heißt ähm manche allianzen sagen zum beispiel man kann im krieg sollte im krieg erst daran teilnehmen wenn man ich sag mal 20 fünfer hat als beispiel ja man kann in die allianzen trotzdem reingehen wenn man keine 20 fünfer hat weil man kann sich ja vom krieg theoretisch dann rausnehmen ja und dann wenn man die 20 fünfer hat kann man im krieg anfangen das sind alles kriterien dann muss man sich vorher gedanken drum machen ob man damit okay ist und dann kann man das machen so die tankfarbe hier ist jetzt speziell lila es gibt keine doppelfarbe in der dev das heißt rainbow jede farbe einmal das ist völlig in ordnung so kann jede allianz so machen wie sie möchte ähm und hier haben wir nämlich auch schon die teilnahmebedingungen für den krieg mindestens 30 gelevelte helden und das heißt in erster linie meistens vier sterne und fünf sterne wenn man sagt ja ich habe ja auch noch gebrekte drei sterne und ich würde auch zwei teams nehmen für cleans ich denke mal mit gebrekten drei sterne kriegt man auch einen fünfer da weg der dann da am ende steht theoretisch muss man halt immer noch gucken dass man sich da nicht überschätzt aber 30 gelevelte heißt meiner meinung nach immer vierer oder fünfer das heißt ähm dann kann man an dem krieg teilnehmen man kann natürlich vorher in die allianz gehen ja wir sehen hier zum beispiel denke nicht dass spitzel oder huhu mit ihren karrierelevel nichts nichts gegen die karrierelevel oder sowas na aber die können halt einfach noch keine 30 gelevelten helden haben geht einfach nicht von der zeit her die sie spielen völlig unmöglich und deswegen die werden dann wahrscheinlich erstmal pausieren das heißt dann sein sagen wir jetzt einfach mal hier ähm tokala nehmen wir auch noch mal raus und die restlichen vier hier unten das sind fünf wenige das heißt die legends könnten vielleicht einen 24er krieg im moment haben und dann wenn die hier soweit sind wenn die stärker werden dann bumm sind die mit dabei ganz einfach ähm weil bei denen im krieg steht immer die null das ist auch ganz wichtig ähm aufnahme erst ab level 20 so und wir sehen jetzt sind hier schon wer zwei die da drunter sind nicht dein problem wenn du level 20 bist fragt da an ja die waren schon vorher da als das entschieden worden ist mit level 20 und man kommt mit denen anscheinend dann klar deswegen werden die auch nicht rausgeschmissen warum sollte man das machen ja also level 20 sollte mein minimum hier sein ähm was haben wir noch laien soll genau laien sollte vorhanden sein ähm da habe ich nämlich die nachricht gekriegt dass das da ein bisschen probleme gibt weil da zwei drei leute kein laien haben und dann sage ich immer man sollte in game dann viel lesen manche machen das dann auch nicht so sehr bei laien kann man sie wenigstens noch in anführungsstrichen a man man kann sie markieren äh permanent markieren dass sie es dann sehen wenn sie laien öffnen dass da irgendwas ist in der gruppe kannst du in game nicht machen das heißt wenn keiner laien hat und im in game chat auch nicht viel ließ kriegt man den nicht zu fassen so schwierig das heißt laien sollte sollte da sein ja das wäre schon ganz gut und es ist ja halt völlig anonym ja es ist nicht wie whatsapp dass du jemandem deine handynummer geben kannst sondern du machst dir nicknamen hier keine ahnung äh red cardinal red cardinal red cardinal oder wolverine und das ist dann dein nick über den du zum beispiel gefunden wirst oder hier gitankiller 007 ganz einfach ja so äh einmal was ganz kurz noch machen ja ich würde hier ähm nur eine sache ändern und zwar würde ich finlay hier hin packen ja finlay ist so ein typischer held der der link stehen sollte genauso wie halt auch mutter nord was sie ja tut dahinter aber finlay ist schnell deswegen in der vordersten front das wäre ganz gut ähm wenn der gegner boni hat er rauscht durch macht jeden um death down dann kommen die anderen helden machen mehr schaden und fertig selbst wenn er nur auf einen den death down macht ja aber death down sollte immer linkseitig stehen damit der zuerst durchgeht weil die defensive halt von links nach rechts auslöst aber sonst nichts anzumerken ich weiß dass du auch noch ähm freer hast ne müsste mal gucken ich würde vielleicht sogar eher freer als ursena stellen aber das ähm kann man ausprobieren was da besser ist ja ich finde nur zusätzliche minions sind immer ein bisschen nerviger zumal die auch gut sind und starke minions sind mach dich natürlich anfällig für grimmel oder für scuddy gormick kostüm und so ne hier gibt es den gelben das gelbe reflektieren also es ist so eine sache kann man kann man ausprobieren würde ich jetzt mal sagen vielleicht eher freier im equalizer als ursena zum beispiel bei lila tank weil bei ursena wird dann das gelb reflektieren weggenommen und dann kann man sie auch locker mit gelb killen das wäre noch so eine sache also einen platz frei bei den legends den sollten wir eigentlich auch relativ zügig vollkriegen so die eiswölfe haben ähm ihre werbung erst eingestellt dann ähm waren sie zwei weniger dann wurde mir bescheid gesagt mach mal wieder bitte werbung und jetzt sind sie wieder voll also die die drohung dass ich wieder werbung mache hat sich anscheinend gelohnt ähm wir sind wieder voll also ist hier meine aufgabe erst mal wieder getan sind jetzt aber wieder ne dass ihr bescheid wisst ihr seid wieder jetzt in der in der verlosung mit drin außer ihr sagt ähm ne kannst uns kannst dir zeit sparen und kannst uns wieder rausnehmen dann äh nehme ich euch wieder auf unbestimmte zeit raus bis ihr wieder sagt jo wir wollen wieder rein das ist euch überlassen genauso wie die anderen allianzen auch ja die die voll sind wenn ihr sagt na wir brauchen nicht beworben werden war ihr ein bisschen zeit oder sowas sagt mir bescheid dann nehme ich euch raus sonst bewerbe ich euch halt immer weiter weil das halt äh teil des vertrags ist den wir gemacht haben ne deswegen ähm deswegen steht hier auch noch keine line id die wir vorher auch immer drin da sie jetzt wieder voll sind ne also das ist ähm das ist geregelt äh wer natürlich da doch interesse hat ähm sollte da immer mal so ein bisschen gucken weil wir haben jetzt keine line id hier immer mal wieder dann reingucken bei den eiswölfen wenn platz frei ist man kann jederzeit rein ok also eiswölfe voll alles sehr gut so dann gehen wir mal nach österreich mal ganz kurz gucken äh mal was anderes mal eben ganz kurz gucken nein das ist die allianz ne um die kümmern wir uns gleich ich will nochmal eben was ganz kurz gucken ich hab nämlich die tage ich glaub die waren das die hab ich gesehen zumindest irgendwo ich weiß nicht mehr wo weiß ich nicht mehr so jedenfalls willkommen kriegshacken drin heißt sechs angriffe sind die pflicht na das kennen wir schon aktivität unbedingt erwünscht viel spaß und gute steine so drei plätze haben wir frei das ist jetzt eine freizeit allianz so das heißt wenn man in diese allianz geht dann kann es sein dass sie vielleicht nicht ähm beim mythischen titan alles wegballern was sie haben bei dem event nicht alles wegballern was sie haben weil sie halt so spielen wie sie es für richtig halten oder so spielen wie ähm wie jeder es es kann von den materialien her zum beispiel das heißt es ist ähm kein zwang da alles irgendwie ganz krass abzuschließen freizeit allianz heißt auch prinzipiell jeder kann rein außer die freizeit allianzen haben dann natürlich beschränkungen bei dieser allianz haben wir eine beschränkung das sehen wir gleich aber generell freizeit allianzen heißt meistens ist es für jeden platz da aber wie gesagt hier sehen wir jetzt gleich ähm was wir da für eine voraussetzung haben die man erfüllen muss um hier dann mit teilzunehmen aber trotzdem wenn man dann hier drin ist alles geht nichts muss sollte man sich vielleicht vorher informieren ja wie es aussieht äh was da so die ziele sind vielleicht sagen wir auch als freizeit allianz jo beim beim event ist immer ähm episch unser ziel ähm legendär machen wir meistens nicht weil so haben die leute haben auch gar nicht so die helden dafür um bei legendär viel zu machen deswegen chillen wir mit selten und mit episch und fertig muss man alles erstmal abklären wir haben drei plätze frei jetzt kommen wir zu der sache was muss man denn hier haben wir müssen 30 vier sterne oder fünf sterne haben voll gelevelt das ist die einschränkung also es ist jetzt nicht für jemanden geeignet der ähm level 10 ist auch nicht der level 20 ist ja man sollte schon einiges an vier sterne und an fünf sterne haben wenn man jetzt bei 25 ist ja auch nicht schlimm einfach fragen dafür sind die leute da dafür ist die allianz auch offen sonst sind die line kontakte da dafür sind die leute dann da damit man denen dann sagt ja ich würde gerne bei euch spielen habe aber nur 25 anstatt 30 kann ich trotzdem zu euch kommen ganz einfach ganz simpel ja das sind richtlinien damit jetzt zum beispiel keiner ankommt der level 10 ist und sagt ich will bei euch mitspielen geht dann rein freut sich dass er drin ist und wird dann dann kriegt er eine nachricht naja das passt vielleicht dann doch nicht so ja deswegen äh sollte man das von vornherein dann nochmal klären und hier haben wir halt wie gesagt diese diese einschränkung ähm die tankfarbe ist mit wechselt wechselt aber auch alle drei monate also da guckt man dann immer ja was hat sich neues ergeben neuer helden dazugekommen vielleicht kann man irgendwas anderes schönes machen ne das ist so ein bisschen abwechslung ähm der krieg ist freiwillig also wer sich aufstellt sehen wir auch oben schon wer sich aufstellt der macht seine angriffe wer nicht aufgestellt ist halt nichts ähm der titan ist neun bis zehn sterne das ist so mythischer titan mythisches titanenniveau eigentlich ganz ganz solide für eine freizeitalianz finde ich ansonsten haben wir eigentlich nicht viel ja es ist keine bewerbung notwendig solange man sich an diese richtlinie mit den helden hält deswegen kann man jederzeit rein es ist keine line vorhanden muss man ja nicht deswegen einfach rein und loslegen und spielen ähm discord gibt es discord ist auch erwünscht wer es nicht hat genau das gleiche wie wer kein line hat oder sich das nicht installieren möchte der muss halt in game alles lesen aber line und discord sind einfacher als der in game chat ne da kriegt man kriegt man mehr mit da kann man markiert werden und so alles deutlich einfacher aber es ist auch keine pflicht also ich glaube bisher ein oder zwei allianzen sagen line ist zum beispiel dann pflicht aber die meisten sagen es ist freiwillig es ist halt nur einfacher ja also mein persönlicher rat line ist einfacher und sollte man sich schon anschaffen macht sinn auch für informationen aus anderen gruppen es gibt ja nicht nur die die gruppen der allianzen es gibt auch allgemeine infogruppen wo dann neue helden geleakt werden ja die neuen season 5 helden hat man schon auf line überall gesehen manche werden die nächste woche donnerstag dann zum ersten mal sehen wenn der großteil der line nutzt die schon irgendwie gesehen hat über ein paar ecken verstreut ne also deswegen da lohnt sich auch da mal für solche sachen einfach line zu installieren gut austria heroes oder hero ähm drei freie plätze macht sie frei macht sie nicht macht sie frei macht sie voll sind drei plätze frei macht sie voll so also ne deswegen da wäre schön wenn wir da das noch vollkriegen äh freizeitalianzen sind eigentlich immer sehr gut oder sehr gerne ähm gesehen tatsächlich na sie juckt auch wieder ach alles bei malten gut gehen wir weiter ja dann tue ich mir wieder schwer zu finden weil ich die unterstriche nicht gemacht habe ich dachte ich könnte sie mir sparen aber anscheinend nicht ach guck mal es ist doch albern oder ja jetzt mal ganz ehrlich da gerade findet das nicht und jetzt mit den unterstrichen zack auf einmal ja ok seek and destroy archons friends verbund also ähm ein platz frei das heißt wir waren voll jetzt ist ein platz frei gut bewerbungen an line just gladius ist man direkt beim leader alles super sollte man auch machen und immer den leader anschreiben wenn die line da steht ähm dann ist man direkt bei dem verantwortlichen wir haben einen platz frei es ist in dem verbund drin das heißt hier kann sich auch jeder bewerben der zu faul ist die anderen videos zu gucken oder das die werbung nach dem live stream ja das ist immer im zwei wochen rhythmus das heißt alle zwei wochen sind es die gleichen allianzen aber wer da zu faul ist und in diesen verbund rein möchte fragt halt einfach egal mit welcher stärke hier zum beispiel an und dann wird geguckt wo er am besten rein für die faulen leute ja ähm wir haben 14 sterne titan die auch pflicht sind steht jetzt hier jetzt nicht drin ne aber es ist äh 14 sterne titan die pflicht sind ähm söldnern ist erlaubt das heißt ähm man kann zwischen den kriegen mal rausgehen kleine titanen hauen für nahrung für eisen und kommt dann vor dem matchmaking einfach wieder das ist ein bisschen riskant kann natürlich auch sein dass hier jetzt gerade jemand unterwegs ist weiß ich nicht ja für mich ist es jetzt da ist ein platz frei vielleicht ist das auch einer der söldner hat und dann äh gleich wieder kommt weiß ich nicht kann sein muss nicht sein aber das ist halt so das machen viele um nahrung und eisen zu krieg ist pflicht die angriffe sind dann auch pflicht oder im krieg ist es pflicht diese sechs angriffe zu machen ob der krieg ähm generell ähm freiwillig ist weiß ich nicht aber wenn ich mir hier so die Leute angucke von der stärke her würde ich einfach mal sagen wenn du da reingehst dann solltest du am krieg teilnehmen ja also nicht reingehen und dich dann ähm dann direkt abmelden und sagen nee ich möchte nicht also hier sollte man schon am Krieg teilnehmen also ich sag halt sagen wir mal Krieg Kriegpflicht ja mhm Abmeldung ist natürlich möglich ja aber das ist so eine Sache ähm das würde ich dann eher sagen wenn man so einer Allianz von der Stärke beitritt ja dann sollte man da alles mitmachen was geht und abmelden dann halt wirklich nur wenn man auch ähm wirklich nicht kann ja also nicht einfach so naja ich sag ich mag keinen Bock oder sowas sollte man schon mal aus wenn man jetzt wirklich verhindert und kann halt nicht dann ist das eine andere Sache so wir haben lila Tanks jeder kann angreifen wie er will das heißt es gibt keine Richtlinie wer wie angreifen darf es gibt keine Wellen ähm aber natürlich herrscht Kommunikation also es wird dann nicht ganz so wahllos angegriffen sondern vielleicht wenn man zu zweit zu dritt online ist und sich abspricht wer was macht wer vielleicht dann noch cleant für den anderen ne immer gute Sache deswegen da einfach mal ähm dann immer im Krieg ein bisschen aufpassen was da los ist in der Kommunikation ähm es gibt Laiengruppen für den Krieg für den Titan Aufstellungen ja alles mögliche ähm deswegen auch äh wäre es sinnvoll oder hilfreich für für die Leute dass man dann da halt auch mit drin ist um dann zum Beispiel zu zeigen was man hat ne also was man für Helden hat was kann man da vielleicht für ein Team draus bauen und so weiter Dein ID sehen wir oben ist also denke ich mal ähm sollte man schon wahrnehmen gut und ansonsten ne es ist ein Miteinander kein Gegeneinander so sollte es sein so sollte es immer sein und dann einfach mal gucken dass wir den einen Platz voll kriegen oder der eine Platz ist schon voll weil der eine gerade Söldnern ist das wird man dann sehen also einfach mal reingehen und dann kann es sein dass man gesagt kriegt ne der kommt gleich wieder ne also da ein bisschen da würde ich dann mal dann nicht direkt beleidigt sein das ist so der Pitbull Clan hier ist es relativ einfach wir haben die Line ID 75 Uriel sind wir beim Leader die Allianz ist aber auch offen man kann jederzeit rein es ist eine Freizeitalianz so das haben wir schon besprochen inwieweit die jetzt beim mythischen Titan und bei der Allianz Quiz Vollgas geben weiß ich nicht sollte man dann erfragen wenn man darauf Wert legt ansonsten wenn man ein Spieler ist der neben der Arbeit und neben Familie und allem möglichen drum und dran immer mal ein bisschen spielt am Tag man sollte natürlich online sein ja also seine Sachen wie den Titan und den Krieg schon schon wahrnehmen auch wenn der der Krieg keine Pflicht ist aber wenn man das Spiel wirklich als als Freizeitaktivität sieht immer wo man dann ein bisschen mal so ein Stündchen mal am Stück wenn man mal frei hat und dann das Handy nimmt und dann ein bisschen zockt und sowas dann ist man hier zum Beispiel super aufgehoben ja also man sollte natürlich auch schon wenn man in eine Freizeitalianz geht auch schon mal sagen so hi hier bin ich so und so viel werde ich wahrscheinlich spielen weil ich habe Familie ich habe Kinder ich habe hier ich habe das ich habe einen Job wo ich nicht ans Handy gehen kann und sowas alles das sind so ein paar Informationen die man auch teilen sollte damit die Allianz weiß was Sache ist weil wenn dann einer wirklich zehn Stunden offline ist oder sowas und keiner weiß warum wenn die Leute sich dann vielleicht wenn sie clever sind denken der ist arbeiten aber es wäre natürlich schön das vorher zu hören wenn einer wirklich viel arbeitet dass der dann halt während der Arbeitszeit auch nicht ans Handy gehen kann ist denke ich mal eigentlich ist sowas klar aber Vergangenheit hat gezeigt dass ich das so dass ich sowas doch nochmal ähm erwähnen sollte weil es ist anscheinend dann doch nicht so klar wie ich denke ne aber ich denke mal jetzt ist es ist es relativ klar wir haben acht bis zehn Sterne in den bei den Titanen das ist ganz gut Freizeitalianz heißt auch in dem Fall hier haben wir jetzt zum Beispiel anders als bei Austria Hero hier ist es eine Freizeitalianz wo jeder rein kann egal welches Level er hat ja und wir sehen halt dann wenn wir mal hier so runter gucken hier sind doch kleine Accounts dabei ja und das ist halt die schöne Sache hier ist jeder 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 Level sag ich mal vertreten von Level 11 bis 49 bis in den 60er Bereich hier bis in den 80er Bereich alles komplett vorhanden jeder hilft jedem jeder kann von jedem lernen super Sache perfektes Szenario das was ich immer sehr sehr cool finde und wie gesagt das ist ganz wichtig jeder macht das was er kann keiner wird zu irgendwas gezwungen überredet oder sowas einfach spielen einfach Spaß haben mit den Leuten fertig ganz simpel man kann auch sagen die Kriegsgegner haben eine weite Spanne weil halt auch der Gegner eine weite Spanne weil auch die Allianz eine weite Spanne hat ne die Gegner sind so 4000 teilweise dann auch bis 5100 so das was ich in der Regel habe im Krieg solche können dann mal auch auftauchen ja dafür sind dann hier Leute wie Uriel äh dran schuld weil die halt äh gute Helden haben ja und das ist es wird halt immer so ein bisschen am Ende gleicht sich das alles aus genau Krieg ist freiwillig Leiden ist freiwillig alles ist freiwillig ähm ein gewisses Maß an ähm an der Gemeinschaft sollte man schon haben ja man sollte schon kollegial sein und dann natürlich auch so Sachen wie den Titan machen das sind so Mindestanforderungen aber sonst wie gesagt alles geht nichts muss sollten sich Leute die hier reingehen bei den 6 freien Plätzen die wir haben auch überlegen vielleicht vorher dann mal fragen ähm Zielmythischer Titan Ziel Event ja wenn man unbedingt legendär spielen will und die sagen ja wir kommen meistens so bis episch ist es so ganz einfach ja dann kannst du immer noch überlegen ob du da bleibst oder dann sagst ne ne dann haut das vielleicht doch nicht hin und gehst dann so wir haben 6 Plätze frei es eignet sich natürlich auch super für Leute die zu dritt zu viert in so einer kleinen Allianz sind die können direkt zusammen dahin fertig ja und Allianz ist fast voll würde mich sehr freuen also 6 Plätze frei beim Pitbull Clan so The Green Dynamite ist wieder am Start 27 von 30 so auch Archons Friends Familie Leihenpflicht ich hab grad nur davon gesagt viele oder fast alle haben keine Leihenpflicht hier haben wir eine Leihenpflicht ja es basiert darauf was so in der Vergangenheit war dass dann die Leute da wirklich nicht mitgekriegt haben was Sache ist deswegen ist es jetzt sehr gut waren sehr gut damit Wichtige Dinge über Leihen zu klären da ist es Sir Zikolov unser Anführer und da ist dann auch geht dann auch die Bewerbung raus wir haben 3 freie Plätze wie gesagt in der Archons Friends Familie das heißt wenn man sich hier bewirbt und ähm ist entweder zu stark zu schwach wie auch immer kann es sein dass man woanders landet in dem Verbund aber man trotzdem mit den Leuten hier im Kontakt ist durch gemeinsame Leihen kommen so was haben wir Team Stärke mindestens 3500 das ist eigentlich sehr sehr leicht zu erreichen wenn wir jetzt einfach mal hier gucken 3500 hier ist jetzt schon 4 2 wir haben 3 4 Sterne äh 3 4 Sterne da drin 1 Season 1 5 Sterne und 1 Monatshelden aber wir sind schon bei 4 2 wir sind hier bei 4 3 3 5 Glückwunsch ja also 3 5 hier sind wir bei 3 9 hier sind 4 4 Sterne Hilden da drin und 1 5er der noch nicht max ist also ne 3 5 kriegt man kriegt man sehr gut hin das denke ich mal ist kein Problem das sollte die mindeste mindeste Teamstärke sein Krieg ist mit Taktik und Führung und es gibt mindestens 2 gemeinsame Wellen ein Ohr juckt auch gar nicht was Nase juckt Ohr juckt ach ähm zwei gemeinsame Wellen das heißt es so ein gängiges System ist dass man am Anfang des Krieges die einfachen Gegner oder einfache Ziele ausackort die dann ähm raushaut wartet bis die respawn und dann nochmal drauf geht zum Beispiel ja und das ist aber so ne Sache da hab ich keine Ahnung wie die Allianz das intern regelt deswegen ich will nur drauf hinweisen wenn man natürlich an den Wellen nicht teilnehmen kann ist es kein Weltuntergang wäre natürlich gut aber kein kein schlimmer Faktor wenn man es nicht schaffen sollte Tank ist blau oder lila ja ändert sich je nach äh Modus des Krieges wenn man natürlich von beiden was guten hat ist natürlich besser ansonsten auch in Absprache mit der Allianz gucken was man da aufstellt so bei Teilnahme am Krieg ähm sind natürlich alle Angriffe zu machen und man sollte mindestens oder man sollte sechs Teams haben mit mindestens einer Teamstärke von 3000 wenn man die nicht hat sondern vielleicht nur drei dann kann es sein dass man heißt okay nimm dich erstmal aus dem Krieg wenn du dann vier oder fünf Teams hast kannst du mitmachen und mit dem anderen Team was du dann noch hast da machst du dann clean mit als Beispiel ja das sind halt immer so so ähm Einschränkungen das wird individuell auch ein bisschen angepasst also das heißt jetzt nicht du musst jetzt diese sechs Teams haben sonst geht gar nichts sondern ähm wenn du bei fünf Teams bist die vielleicht dann auch drei zwei Stärke haben oder drei fünf Stärke haben ähm damit geguckt okay vielleicht nimmst du das andere Team dann zum clean noch mit und dann kannst du am Krieg teilen das ist alles individuell abzusprechen mit den jeweiligen verantwortlichen in der Allianz aber ich sag mal so die Erfahrung hat den Leuten gezeigt oder die die Vergangenheit hat den Leuten gezeigt die jetzt die Erfahrung haben dass das guter Weg ist um dann auch erfolgreich im Krieg so Cleaner haben eine wichtige Aufgabe so und das liegt daran weil hier in dieser in diesem Krieg in dieser Taktik die Großen auf die Großen gehen so und wenn der Große bei dem anderen Großen einen Helden stehen lässt dann kommt ein Cleaner haut den weg damit nicht der Große wieder auf den seine Helden opfern muss oder Schwachhelden nimmt und einen Angriff opfert für den Clean ja das heißt kann auch dann sein theoretisch wenn man vier Teams hat die in dieser dreitausender Teamstärke sind und man hat zwei Clean Teams dann meldet man sich mit seinen zwei Teams für sowas zum Beispiel an und clean dann ja ganz einfach das ist auch eine ähm eine individuelle Herangehensweise im Krieg da gibt es jetzt kein richtig oder falsch die Allianz macht das so wie sie es für für am besten hält ne wie da auch die Möglichkeiten ähm der Spieler vorhanden sind Titan haben wir zehn bis elf Sterne das ist eigentlich sehr gut ne also wir haben zehn Sterne ist mythischer Titan Niveau das heißt da ist man bewegt man sich hier auch es gibt keinen Mindestschaden das heißt ähm man versucht einfach das Beste auszumachen was man machen kann was sollte man für für ähm Erwartungen oder was sollte man ähm fehlt das Wort was sollte man dabei haben um hier rein zu kommen was für Voraussetzungen gibt es für neue Spieler Hauptvoraussetzung ist man sollte Level 50 sein hier sind Leute da drin die unter Level 50 sind ja aber das hat äh hat dich gar nicht zu interessieren das habe ich schon mal gesagt ja das ist eine Einschränkung die für neue Leute ist nicht für bestehende Leute die bestehenden Leute haben sich etabliert als mit man kann super mit denen spielen die sind top in Ordnung warum sollen wir die raus haben aber die Leute die jetzt kommen die sollen uns verbessern die sollen gewisse Grundkenntnisse haben die sollen gewissen Heldenpool haben das kann man mit Level 50 das ist so irgendwie so eine eine magische Grenze ja das machen viele Level 50 weil man dann halt schon die Möglichkeit hatte viel Materialien zu sammeln durch Spielzeit man hat die Grundmechaniken verstanden das heißt man will hier im Endeffekt äh sagt man sich wir wollen keine Anfänger mehr haben sondern Leute die direkt einsteigen können und die direkt uns auf den Punkt helfen können beim Titan im Krieg und bei allem anderen auch ja was hat nichts irgendwie gegen gegen die Neulinge zu tun oder sowas aber man hat halt genug kleinere dabei und da hat man sich dann gedacht na das reicht erstmal an kleineren die werden Tag für Tag stärker ja die kommen Tag für Tag voran und ähm wenn man dann ab einem Punkt ist dann kann man auch mal wieder sagen wenn jetzt dann 5 6 von denen auf auf 50 sind und drüber dass man dann sagt jo jetzt können wir auch mal wieder so 2 3 kleinere nehmen haben wir kein Problem mit ne also das ist eine Einschränkung da sollte man sich keine Gedanken drum machen was da was da schon für andere Leute drin sind das hat sich alles so ergeben ist alles so von der Allianz geregelt muss man akzeptieren und fertig 3 Plätze frei natürlich auch super für eine Allianz die äh so halb aktiv ist ja wo 3 aktiv sind von 7, 8, 9 Leuten können dann direkt die Allianz voll machen sehr sehr gut ok weiter geht's 3 Stück haben wir noch die Zerschmetterlinge 29 von 30 1 Platz frei so und hier ist das schöne die Zerschmetterlinge haben morgen morgen haben die einjähriges Jubiläum ist das richtig morgen oder nächste Woche weil ich habe im Kopf tatsächlich dass du gesagt hast passend zu Season 5 jetzt bin ich nicht sicher weil Season 5 ist nächste Woche ob das jetzt nächste Woche ist oder diese Woche jedenfalls haben sie einjähriges Jubiläum entweder diese Woche oder nächste sehr schön Glückwunsch dazu ähm passend zum einjährigen Jubiläum fehlt auch ein Mitglied wäre schön wenn wir das zeitnah vollkriegen würden ja Line haben wir Chris unterstrich 1402 ähm Titanispflicht Krieg wenn ja dann alle 6 Angriffe das heißt man kann sich im Krieg auch rausnehmen Krieg ist freiwillig wenn man aufgestellt ist macht man seine Angriffe so und hier bei den Zerschmetterlingen ist es immer ganz schön ähm wir haben hier ein breites Spektrum der Leute ne wir haben wir haben kleine hier unten wir haben mittlere hier wir haben größere 93 82 wir haben aber auch kleinere 42 40 ne also es ist ähm breites breites Spektrum an Spielern an Erfahrung und deswegen das ist immer ganz schön ähm ähm da treffen viele Leute viele verschiedene Leute aufeinander ja und das heißt ähm jeder kann hier auch rein es gibt keine Einschränkungen was den Karriere Level angeht oder was Helden angeht die man haben sollte das heißt es ist eigentlich eine super Sache für jedermann Titan ist 11 Sterne und sollte natürlich wenn man jetzt ein ganz kleiner Account ist äh man will natürlich auch immer der Allianz helfen oder in einer neuen Allianz zeigen was man kann ja mh da sollte man schon zumindest sag ich mal wenn man auf 11 Sterne trifft schon mal so 6, 7, 8 Sterne schon mal gesehen haben und bekämpft haben ne weil sonst ist das einfach ein sehr sehr krasser Vergleich aber das schöne ist ja auch wenn man als kleiner Account irgendwo hinkommt die anderen Leute sehen das ja die wissen ja dass man da so böse wie sich das anhört aber nichts nichts Großes zu erwarten haben weil der halt einfach noch nichts kann im Sinne von nicht vom Wissen her sondern von den Helden her ne das ist halt so die die Sache ähm ich weiß wenn man als kleiner da reinkommt dann wissen die der wird jetzt nicht die hunderttausend Schaden machen was ja auch völlig legitim ist äh im Krieg gibt es keine festen Zeiten oder Wellen das ist denke ich mal auch ganz interessant für äh für Leute die äh vielleicht in ihrer alten Allianz mit Wellen hatten und ähm sind damit immer irgendwie zeitlich in Probleme geraten ja hier gibt es das nicht jeder kann also angreifen wie er möchte so und jetzt zum Jubiläum haben sie das so gemacht ähm das machen sie jetzt schon seit dem April zumindest soweit ich weiß jeder stellt seine beste Defensive und seitdem sie das machen haben sie auch nicht mehr verloren das ist ganz interessant das äh überraschend so nachdem wie man das jetzt so bei meinen Kriegen zum Beispiel kennt ja wo alles einheitlich ist ähm wenn es für die Allianz funktioniert super Sache also jeder stellt das das stärkste was er hat macht vielleicht auch Sinn deswegen bin ich zum Beispiel kein Freund von einer bestimmten Farbreihenfolge ja manche Allianzen machen auch Farbreihenfolgen aber da hast du dann zum Beispiel die Sache nehmen wir jetzt einfach mal an ähm du machst blau grün lila nehmen wir jetzt nur die drei Farben ja und du hast in blau zum Beispiel ein Krampus und in grün eine Liana als Beispiel Krampus steht dann ganz außen der Verspotter steht ganz außen der der auf benachbarte Minions macht steht ganz außen die Minions ähm statt drei zu machen macht er nur zwei Liana die eigentlich in Eckenheld ist als Sniper als schneller Sniper steht weiter in der Mitte die Sniper sind meistens eher oder leichter zu killen als ähm welche als als andere Helden ja also eine Liana ist zum Beispiel einfacher zu killen als eine Frick als Beispiel oder äh weiß der Geier was und ähm da macht diese diese Farbreihenfolge dann keinen Sinn weil die Helden halt dazu fehlen wenn du eine Allianz hast die die ähm Top 5 Top 10 Top 100 Allianz ist da kann man vielleicht dann mal gucken aber selbst da siehst du bei vielen selbst wenn es um Lila geht ja dass äh nicht alle einen Knolford haben oder dass in Rot nicht alle eine Elisabeth oder einen Ferrand haben ja du siehst halt wirklich nur bei einer Handvoll Allianzen dass da sich das wirklich lohnt nach Farbe zu gehen weil dann da wirklich 28 Leute Morell, Frick, Oktros äh Morell, Frick, Xnolford, Oktros und Verlien stellen oder ähm weil 26 Leute davon Frick und Quenell haben und Doppelgrün stellen dann kann es das machen sonst macht das absolut keinen Sinn meiner Meinung nach weil irgendwelche Helden werden dann durch die Position die sie haben echt abgeschwägt deswegen gute Sache wenn das hier funktioniert jeder stellt seine beste Dev Line ist keine Pflicht allerdings nutzen es alle habe ich auch schon erklärt macht es Sinn eigentlich Line zu nutzen wir haben einen Platz frei macht die Zerschmetterlinge voll jetzt in ihrem Jubiläumsmonat ja das wäre sehr schön gut zwei haben wir noch die Torwächter ok einen Platz haben wir bei den Torwächtern ähm ähm aktive Allianz Titan Pflicht und Krieg steht immer die Null am Ende so wir sehen von den Karriereleveln her alles hohe Leute ja das niedrigste ist 62 61 ne 56 niedrigste 56 das heißt allein von der Logik her wenn man jetzt Level 30 ist wird man sehen das wird schon sehr sehr schwierig werden ja nur mal so vom Prinzip her man sollte eine Teamstärke von 4600 haben die Titanen sind 12 bis 13 Sterne ich kann mir auch vorstellen dass sie auch teilweise 14 Sterne haben ja falls sich da was ändert ähm gebt mir da mal ein Update ähm eine Titanen Pflicht steht drin Krieg wenn man aufgestellt ist sollte die Null stehen so wie immer ja ich sage mal vor allem bei den Torwächtern wenn man da spielt sollte man am Krieg teilnehmen ich bin der Freund davon dass man immer am Krieg teilnimmt zumindest sich immer anbietet am Krieg teilnehmen zu wollen der Leader oder die Verantwortlichen können dann immer noch sagen ja bleib mal ruhig Brauner vielleicht warte es immer noch ein zwei Monate und dann kannst du na aber sollte immer signalisieren dass man bereit ist da der Allianz großmöglich zu helfen gilt für alle Allianz so wir haben Lila oder Roten Tank kommt je nach Modus ja also wahrscheinlich Rush ist dann eher Lila die Kriegsgegner sind 4400 bis 4800 ne also so wie auch die Leute die hier spielen ähm hier ist jetzt 4-8 zum Beispiel hier ist 5 hier haben wir 4-8 also das so in dem Kreis bewegen sich die Gegner halt auch sollte man sich auch vor Augen halten wir hatten hier das Problem bei den Torwächtern dass es in der Vergangenheit so war dass die Leute sich mehr zugetraut haben als sie eigentlich konnten waren dann frustriert sind gegangen deswegen weise ich darauf hin sich immer die Leute auch anzugucken darauf zu achten dass die Gegner im Krieg jetzt auch bis zu 4800 4900 vielleicht auf 5000 gehen können ähm wo man dann nicht weil man ähm schwach ist und es einfach auch nicht schaffen kann rein von der Logik her äh dass man dann einfach abhaut ja also man sollte schon sich auf dem Niveau befinden dann wird man auch hier ähm glücklich und kann natürlich auch der Allianz dann deutlich weiterhelfen als wenn wir mal ehrlich Leute die halt auch zu schwach sind und dann auch gehen die helfen halt auf beiden Seiten nicht mit erstens im Krieg nicht zweitens wenn sie dann gehen sowieso nicht ne muss man immer ein bisschen abwägen dann und Discord haben wir hier den Kontakt kleinen ähm habe ich theoretisch auch Kontakt zu denen aber ähm Hauptquelle bei denen ist Discord ist auch völlig in Ordnung kann man ja auch Sachen schicken ne das ist kein Problem nur Bilder zeigen und sowas ein Platz frei sollten wir eigentlich relativ zügig vollkriegen ähm so dieser letzte Platz ist halt immer sehr sehr gerne begehrt ne und dann einfach wie gesagt gucken wie sind die Leute hier so aufgestellt was haben die für Truppen was haben die für Helden guck mal hier hat Oster Event gut zugeschlagen hat beide Kostüme gekriegt zum Beispiel hat wahrscheinlich Geld eingesetzt hat auch zudem 3 Season 4 Helden ne also ähm wenn man dann hier weiter guckt keine Ahnung hier Alex noch nimmt ich hasse dich du hast Quintin also ist gut ja aber man sieht ja auch Season 3 Season 3 Quintin äh Ferrand Season 4 da ist Geld im Spiel ne muss man einfach noch mal ein bisschen links und rechts gucken so und dann kommen wir zum Abschluss Mac Money Sex Crew ohne Raute beziehungsweise ohne Hashtag 26 von 30 glaube ich 2 dazugekommen sehr schön Kollektor du weißt es was ich jetzt sage ja also Kollektor ist heißt er auf YouTube es ist Mac Money Sector offline Titan ist freiwillig ein Novum ja keine Allianz macht es er macht es er macht es möglich der Titan ist freiwillig aufstellen im Krieg wenn man aufgestellt ist ist es Pflicht die Angriffe zu machen man muss sich aber nicht aufstellen das heißt hier ist alles möglich äh natürlich ich empfehle also Titan sollte man angreifen das ist das Minimum was man für eine Allianz machen kann ähm Krieg wie gesagt das ist jedem selbst überlassen wenn man mal keine Zeit hat oder sowas sonst empfehle ich es aber auch jedem an Kriegen teilzunehmen ja es gibt es hilft einem zu sehen wo wo fehlen einem bestimmte Helden fehlt einem jetzt 2 Heiler weil man keine Heiler mehr mitnehmen kann weil man zu wenig Heiler für für Kriege hat dann weiß man äh mir fehlt eigentlich eher noch ein Bonikiller vielleicht sollte ich ein Bonikiller leveln mir fehlt ähm einer den ich gut mit dem Helden kombinieren kann und sowas vielleicht sollte ich dann eher den leveln das kriegt man alles nur mit wenn man mal so in der in der in der Not ist sag ich mal im Krieg zu sehen oh scheiße da fehlt mir was dann kann man vielleicht auch sich gezielt bestimmte Helden ähm sehr gut vorstellen um die dann im Krieg zu nutzen an die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat ja das deswegen empfehle ich immer so viel wie möglich mitzumachen was äh der Allianz gut tut so ansonsten nach 10 Tagen offline ist mal weg ja ist auch sehr sehr großzügig ähm was haben wir noch wir haben äh einen gelben Tank im Krieg ja das äh sollte man gucken wenn man keinen gelben hat kann das sein dass man sagt ja gehe ich erstmal raus so lange bis ich den gelben hochgelevelt habe oder man levelt fängt an einen gelben zu leveln ähm das ist völlig legitim wir haben jetzt hier nur noch vier Plätze frei das wäre also sehr schön wenn wir das äh zeitnah auch vollkriegen würden ähm nicht das sondern die Crew vollkriegen würden ähm die Allianz ist offen und wir sehen auch anhand des Karrierelevels hier von den Leuten ähm man muss nicht irgendwelche Erwartungen erfüllen sondern man geht rein und freundet sich mit den Leuten an man kommt klar mit denen man spielt mit denen alles ist gut ja also es ist für jedermann was da und wie gesagt Kollector macht einen guten Job und deswegen ähm ja kann ich die Allianz auch nur empfehlen für Leute die halt vielleicht auch nicht auf dem ganz großen ähm Topniveau spielen weil sie halt auch einfach nicht ähm ähm ja das Geld einsetzen wollen ne also es ist eine Allianz für jedermann so kann man es glaube ich ganz gut beschreiben und ähm an der Stelle würde ich sagen wir haben es geschafft Freunde wir sind 50 Minuten okay und ähm ja ich hoffe ihr findet die Allianz die euch am besten entspricht könnt es ruhig in die Kommentare schreiben ja wenn ihr was sucht auch natürlich ne vielleicht melden sich noch andere Allianzen oder man kann mit den Leuten jeweils ähm dann noch da unter die Kommentare äh oder in den Kommentaren noch ähm ähm ein bisschen diskutieren vielleicht oder ein bisschen verhandeln oder sonst sage ich immer macht es über Laien ja aber das geht natürlich auch wenn man da jetzt eine bestimmte Allianz sucht und keiner hat ja einem jetzt hier angesprochen auch einfach da schreiben die anderen gucken natürlich da auch immer drunter vielleicht landet man auch bei einer Allianz die ich nicht vorstelle was ja auch völlig legitim ist ähm deswegen sich einfach mitteilen dass man was sucht ne gut ansonsten hoffe ich dass ihr alle das findet was ihr was ihr sucht und ähm wir sehen uns im nächsten Video vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut ciao